Hallo, Twinkle! Hallo, Twinkle! Möchtest du heute im Garten spielen? Pflanzt du Gemüse an? Zuerst musst du ein Loch buddeln. Gut gemacht, Twinkle! Was jetzt? Samen! Wundervoll! Die Samen werden bald zu Gemüse. Du brauchst nur etwas Geduld. Du musst die Samen in die Erde setzen. Dann kannst du sie mit mehr Erde abdecken. Gute Arbeit! So, was denkst du, was die Samen zum Wachsen brauchen? Wasser! Super! Gießt du etwas auf die Erde? Gut gemacht! Jetzt wurden die Samen bewässert. Meinst du, einer deiner Freunde könnte dir helfen? Ja! Herr Sonne wird eine große Hilfe sein. Sonnenschein ist genau das, was die Samen brauchen, um Gemüse zu werden. Schau, Twinkle! Schau, Herr Sonne! Kleine Blätter wachsen. Grüne Blätter. Twinkle, versuch mal die grünen Blätter herauszuziehen. Sei vorsichtig. Du schaffst es! Eine tolle orange Karotte! Wow! Karotten sind sehr lecker! Und auch gesund! Karotten können dir helfen, groß und stark zu werden. Ist das nicht wundervoll? Wir hatten so viel Spaß, Karotten zu pflanzen. Wir brauchten nur Samen, Wasser und Sonnenschein. Tschüss, Twinkle! 설de. Es ist wirklich so sehr cool! Übersenken! Wie subsidy ist doch hoch! Ein Geräusch. Ja, wie SpringぞUNT! Da hoch! Ja!